Das Goldene und Vaterunser, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut. Das goldene Vaterunser, als Jesus von seiner Mutter ging und die große heilige Woche anfing, da hatte Maria viel Herzeleid. Und sie fragte den Sohn mit Traurigkeit, Was wirst du am heiligen Palmsonntag sein? Am heiligen Palmsonntag werde ich ein König sein. Da wird man mir Kleider und Palmen streuen. Ach, Sohn, du lieber Jesu mein. Was wirst du am heiligen Montag sein? Am heiligen Montag bin ich ein trauriger Wandersmann, der nirgends ein Obtag finden kann. Ach, Sohn, du lieber Jesu mein. Was wirst du am heiligen Dienstag sein? Am heiligen Dienstag bin ich der Welt ein Prophet. Verkünde, wie Himmel und Erde vergeht. Ach, Sohn, du lieber Jesu mein. Was wirst du am heiligen Mittwoch sein? Am heiligen Mittwoch bin ich gar arm und gering. Verkauft um dreißig Silberling. Ach, Sohn, du lieber Jesu mein. Was wirst du am heiligen Donnerstag sein? Am heiligen Donnerstag bin ich im Speisesaal. Das Opferlamm beim Abendmahl. Ach, Sohn, du lieber Jesu mein. Was wirst du am heiligen Freitag sein? Ach, liebste Mutter mein, da werde ich ans Kreuz geschlagen sein. Ach, Sohn, du lieber Jesu mein. Was wirst du am heiligen Kassamstag sein? Am heiligen Kassamstag bin ich ein Weinzahnkorn. Das in der Erde wird neu geboren. Und am heiligen Sonntag freu dich, oh Mutter mein. Da werde ich vom Tod erstanden sein. Dann trage ich das Kreuz mit der Fahne in der Hand. Dann siehst du mich wieder im Glorienstand. Amen. Gelobt sei Jesus Christ.